Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 10. Juli mit Mario Aalt. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute Abend steigt in Dortmund das zweite Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und den Niederlanden. Auch hier bei uns in Essen waren heute über den Tag verteilt schon hunderte Fans in der Stadt. Viele von ihnen haben in Knaus Campingpark in Werden übernachtet. Darüber, wer ins Finale kommt, herrschte bei ihnen aber etwas Uneinigkeit. Ich denke, England ist natürlich. Ich denke, England ist natürlich. Ich denke, wir haben eine gute Chance. Ja, Holland. 100%. England! Ja, am Anfang waren über 300 englische Fußballfans in Knaus Campingpark. Ein Drittel von ihnen hat ihren Platz dann nach jedem Spiel immer wieder verlängert. Betreiber Thomas Kreisel hat sich vorher etwas Sorgen gemacht und deswegen extra einen Sicherheitsdienst gebucht. Ja, mittlerweile ist er aber sehr zufrieden mit der Stimmung. Im Vorfeld hatte ich so meine Befürchtungen, so viele Engländer beieinander, man kennt sie, wenn sie feiern und bei guter Laune sind. Aber es war wunderschön und es war ein angenehmes Zusammensein. Die Europameisterschaft hat sich für ihn also gelohnt. Und wir bleiben mal beim Fußball zumindest so ein bisschen. Es geht nämlich auch um eine Flüchtlingsunterkunft, nämlich die an der Raumerstraße in Frohnhausen. Die hat Ende Mai planmäßig geschlossen. Bis zuletzt wohnten da noch 16 Geflüchtete. Die meisten sind mittlerweile in eigene Wohnungen gezogen und zwei in eine andere Flüchtlingsunterkunft. Und da komme ich wieder zum Fußball, denn das Gebäude an der Raumerstraße wurde jetzt an die SGS Essen vermietet, damit dort der Fußball-Nachwuchs gefördert werden kann. Zumindest bis das neue Nachwuchsleistungszentrum ein paar Häuser weiter fertig ist. Danach könnte aus der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft dann eine Kita werden. Die Ruhrbahn hier bei uns in Essen hat heute ihre erste neue Hochflurbahn, also eine neue U-Bahn vorgestellt. Sie ist eine von 51 Bahnen, die gerade in Spanien gebaut werden. Bis 2026 sollen sie nach und nach die alten U11, U17 und U18 bei uns in Essen ersetzen. Die neue Bahn ist etwas kürzer und breiter als die aktuellen Modelle und sie hat unter anderem mehr barrierefreie Plätze. Aber auch dezenteres Licht, USB-Ladestellen und Außenkameras statt Außenspiegel. Zum ersten Mal durch Essen rollen soll die neue Bahn Anfang nächsten Jahres. Dann starten die Testfahrten. Einige Eindrücke, Bilder und auch sogar Beschreibungen vom Geruch in der neuen Bahn findet ihr auf radioessen.de. Die Radfahrer bei uns in Essen haben beim Stadtradeln einen neuen Rekord aufgestellt. Das ist eine unserer guten Nachrichten heute. Über 4000 Radfahrer waren in diesem Jahr bei der Aktion dabei und erradelten mehr als 910.000 Kilometer. Zwar wurden im letzten Jahr mehr Kilometer zurückgelegt, dafür gibt es jetzt eben einen neuen Teilnehmerrekord. Auch zahlreiche Schulen waren beim Stadtradeln dabei. Unter anderem das Don Bosco Gymnasium in Bocholt und die Albert-Einstein-Realschule in Rellinghausen. Bei den Grundschulen legte die Kreienbruchschule in Delwig die meisten Kilometer zurück. Am Recyclinghof in Altenessen müsst ihr immer wieder lange warten, weil es so voll ist. Die Entsorgungsbetriebe Essen wollen das ändern und mehr Menschen zur Recyclingstation Mitte an die Pferdebahnstraße locken. Die ist nämlich oft sehr leer. Deswegen gibt es jetzt eine besondere Aktion. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es ist ein gemischter Abend. Beim Public Viewing auf dem Kennedyplatz in der Innenstadt könnte es nochmal etwas nass werden, muss aber nicht. Morgen wird es dann sonnig, ein paar Wolken sind auch dabei und das Risiko für Schauer und Gewitter ist weiterhin da. Das Ganze dann bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Und soweit die wichtigsten Nachrichten von heute, das alles und noch viel mehr gibt es natürlich online auf radioessen.de, in unserer App oder auch in unserem WhatsApp-Kanal. Die nächsten aktuellen Lokalnachrichten gibt es dann morgen früh ab 6 Uhr in der radioessen Frühschicht. Habt einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren radioessen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.